wir sind dieser blechhalle aus diesem wellblech jetzt nix wie raus hier das holi holi steht das am flughafen wo die steht das am flughafen ich glaube es nicht der ist ein urz drinnen im urz ja da stehen zwei urz am flughafen neben unser bf der das ding ausgebildet ich bin gerade vorbei gefahren wo bist du hingefahren richtung tower richtung tower ach du fährst da gerade runter ja aber da hinter mir ist bestimmt noch der holi steht ja der stimmig hinten am flugzeug ja holi steht das gerade an mir vorbeigefahren ja frage ist ich weiß es nicht ich hoffe nicht nähe dann hätte er mich überfahren es sei denn ich glaube ich kann ich in game chat aktivieren okay ich bin jetzt leicht angespannt ich hoffe er schießt nicht nämlich gerade ja ich habe keine munition mehr das ist noch ein geileres gefühl okay ich check mal eben den tower alles klar mach mal aber im moment weiter da bist du ne ja wo bist du ich sehe dich nicht ich war ja jetzt bin ich hinter dir du bist schon egal ich verbarrikadier mich gerade in so kleinen hütte ich wäre froh nicht wenn mich jemand heraus holen könnte aber ich sehe dich überhaupt nicht ne gerade kannst du mich auch nicht sehen alles klar oh mein gott da ist aber der holy shit aber ganz schnell hochgekommen von wie vor ich weiß gar nicht dass er ein fahrzeug hat wo fahrt ihr rum ich bin hinten am tower fahrzeug im kreis fahren ja das bin ich und der andere der 10 auf dem flughafen auf dem flugzeug fährt das ist der holy der ist jetzt immer noch beim flughafen ich glaub schon ja er beim flughafen beim flughafen naja ich weiß bloß nicht wo du wirst ich bin jetzt hinter der feuerwehr ich bin hier gerade leicht angespannt und ich glaube verziehe mich jetzt und schießt ich lehre nicht auf alles weiter wie wirft man granaten auf granate wählen und dann ganz lange auf maus hast du so was weiß wie vor die füße ok geronimo das muss ich jetzt mal sehen wie es aussieht oh das war ziemlich nah bei mir so was der holy macht ich glaube das ist ein flughafen flugzeug ich habe schon zwei g17 magazine benutzt ihr irgendwer von euch ich habe mir gesetzt aber ich bin voll mit magazin von dem ok also ich kann es erst mal weg hier ich glaube es könnte es auf irgendjemand zu schießen so ich habe davon eine bf3 kurz im namen ne holy shit ich bin jetzt unter dem baum holy und shit man so ich komme jetzt mal raus hier aus dem tower ach ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ja ich hab dich um irgendwer wo aufnehmen könnte ja ich fahr gerade 1.000 von zombies vorbei sieht ganz lustig aus niemand begrüßt mich sambo komm rein das darf doch nicht wahr sein wie schnell der ok der guter bist du aber jetzt hat holy shit unser komplettes zeug ich weiß nicht ob ich aber auf jeden fall ein fahrzeug drin ich weiß nicht ob das gewinnt vielleicht würde das fahren oder so ich wollte auf jeden fall das zelt rück drauf guck mal rein wie längst so lange die zombies sind wir haben was wenn holy shit kommt der ist weg glaube ich nehmen müssen der täte wird mir bei 1000 mal angezeigt ja das ist der letzte punkt an dem du ihn gesehen hast ach hier ist er doch am wo schieß am wo schieß ich habe keine munition motherfucking draftball na gut dann eben nicht du hast keine munition das ist schlecht oh einer von euch ein werkzeug hast nein ich hab keinen ich glaube der wird uns hier an die wäsche gehen aber ich habe mal dagegen gespringt raus jetzt ist das die vier hauptsache man konnte sehen dass der zombie eben eine verschnaufpause gemacht hat das muss ich was hier wo fahrt ihr gerade ich fahre als irgendwo in uhrzeit rum wir fahren zwei Euro ja ja an welchen sind die beiden gleiche aus oder nicht rechtlich sind beide gleich auf ich bin der Händler ein paar ist Prozent das Wappen dran an ich bin ich nicht erinnert so viel zu tun haben wo kommt man dass die Tore ich will so für die Formgarten 2 bei einem Brot schießt auch richtig mein gott aber weiter wie viel zum ließ so bist du denn bfg bist du denn ich krieg jetzt in irgendwelchen tanden rum weil ich jetzt nicht sicher bin wer jetzt hier in welcher ich bin ich fahr klar ich fahr grad zum bf ja dann hoffe ich auch gerade rum in den tannen er kommt aus der stelle ein ich bin sehr verunsichert wir lenken die ganze zomis ab das weißt du wenn holy wenn holy shit böse wäre hätte er mir schon etwas getan ich glaube der tut uns da seid ihr bleibt kurz fliegen guck mal schnell im fahrzeug nach los wenn hinter dem fahrzeug der auf der zelt drin ist warte es regnet ok steig ein steig ein so drückt drauf johnny drückt drauf wir müssten wenn es ein transportflugzeug geben würde mit dem uaz einladen können wir mal eben nach ibiza fliegen mit dem ding ja ich glaube wir können das vergessen flugzeug oder wenn der holy da ist ich kann jetzt auch wechseln halten das ist jetzt auch nicht so das problem wir haben zwei dmr oder ich glaube wir haben nur eine nein du hast gestern eine genommen aus dem bf und ich habe meine noch dabei okay noch mal zwei dann haben wir für die 15 magazine und dann haben wir noch ein 107 mit drei mit drei magazine die frage ist was machen wir jetzt noch ich hätte gerne mal ein blatt weg also ja schön auch mitten aufs airfield das passt schon aber du hast eine waffe bei dir wenn ich nimmst mal aus dem der bocker sein ich brauche eine waffenmission denn ich sehe ihn fahren der fährt gerade zum flugzeug soll ich nicht schießen wenn du willst der fährt jetzt aber im flugzeug hangar da wo das flugzeug drin ist genau in einem 1 äh ich nehme mal kurz die dmr mein ding ist mit es wird er langsamer warte mal ich nehme also die dmr ist meine das ist meine ich kenne mal sechs magazine ein paar magazine rein kannst du ja auch so was du willst kannst du die m107 kannst aber auch die m4 a1 die hat ein paar mal ich weiß genau wie mit der dmr nach was drin ist egal die dmr magazin hinterm auto hast du noch nichts mehr rein naja stimmt deswegen muss am breit mal was rausnehmen denn ich brauche ich brauche ich brauche er fährt wieder weiter er kommt auf uns zu direkt auf uns zu soll ich warte geben ich habe der schöne visier bevor er uns rammt alles wird er langsamer weiss nicht noch mal direkt einen channel machen ja jetzt wenn er jetzt was macht dann ist er eh tot Moinsen. Wie viele Slots braucht ihr M107? 10. 10. Im Rucksack oder was? Ach, scheiße. Ja, im Rucksack. Weiß ich nicht. 10 brauchst du im Rucksack. 10, holy fucker. Die Hauptwaffe braucht immer 10. Hat jemand von euch eine MP5 nutzen? Weil sonst würde ich das Magazin zum Team Hotly geben. Wir hätten nämlich eine MP5. Holi, nicht Hotly. Ja, ist egal. Holi. Holi, brauchst du MP5-Mangazine? Keine Antwort. Jetzt hat er eine M14 in der Hand, oder was das ist? Ne, ne. Ne, G3 hat er da. Ne, G3? Es gibt gar keine G3. Ne FN Fall, wenn überhaupt. Ne, das ist kein FN Fall. Er schießt gerade auf einen Zombie. Wow. Ist ne FN Fall. Echt? Aber unser hat doch ein riesengroßes TWS-Magazin, äh, wie sie obendrauf. Ja, es gibt zwei Sorte. Es gibt einmal die mit diesem Nachtsicht, äh, mit diesem Nachtsicht, die sind einmal die ohne. Ah, so, da. Coke. Jetzt wäre die MP5. Ja, ich hätte die MP5, aber für die Zombies benutzt, die ist leiser. Ich war halt nicht getroffen. Nein. Ja, du, wie hat er irgendwie halt im Geschöpft? Na gut, er ist nicht aggressiv. Ne, ne. Ne. Wir sind auch in der Überzahl. Wenigstens habe ich jetzt die beste Waffe im Spiel. Was für ne Waffe? Oh, die Wiese auch haben. Ne, jetzt ist sie mein. Ne, ja nicht, wenn ich die schieße. Äh, doch, dann ist sie immer noch mein. Nein. Doch. Nicht, wenn ich dich banne. Ne, ich bin jetzt der rechtmäßige Besitzer. Hörst du uns? Aber Weiber hat gesagt, ich darf die haben. Ja, gib mal, gib die, ach, weiß ich nicht. Ambo, wenn ich auslogge, dann gibst du die mag. Ne, halt. Äh, nein. Äh, doch. Der hätte sich die ganze Zeit dann hier nehmen können. Ja, ich mach ja nicht bei euch. Egal, ich such mir selber eine. Ihr seid voll böse. Oh, Lii. Wir können eigentlich den Markus einfach von der schießen, ey. Ja, klar. Könnte ich euch aber auch. Wie viele Magazin haben wir denn drin, ey, in den Dings? Warte mal. Weil wir brauchen die MP5 ja eh nicht, die Magazin. Das ist ja nur, äh, ne Bärenfaller, irgendwie. Ja, die hast du. Zelt haben wir auch. Wir haben, wir haben zweimal ein MP5-Magazin. Das brauchen wir doch eigentlich nicht. Wir haben ja eh kein MP5 mehr. Wollen wir Verstecken spielen? Naja. Ich frage ihn doch mal, ob er mit auf die Rundflugtour kommen möchte. Wo schießt denn der hin oder so? Ohli, hörst du uns? Soll das jetzt ein nicken sein, das hoch und runter gehen? Was? Hat der eine M4 A3 CC? Oh, der hat's gut, man. Wenn du uns hörst, dann drehe ich mal einen Kreis. Oh, oh, das ist die Porno M4. Die will ich haben. Schreib mal was in den Chat rein. Ich glaube, er schießt ihn jetzt einfach, der geht nur auf den Sack. Hats, hats, hats. Lass mich mal an, ich bin leiser. Guck mal, sein, 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 urz ist besser als unser. Ich guck mal, was da so drin ist. Oiii, der hat, äh, MG-Gurte. Oioioi. Ich guck mal, kommt noch was klar? Ja, woli-Schnitt ist irgendwie so, äh, am meisten auf dem Server, hab ich so manchmal das Gefühl, von den Spielern jetzt außer uns. Oioi, der hat, der hat gut was an Bord, Leute. Das könnte sich lohnen. Ich leg dir mal fünf Magazine rein. Jetzt entscheidet euch mal. Seid ihr jetzt freundlich oder seid ihr jetzt aggressiv? Warte, ich leg mir erst zwei Magazine rein und dann kommen wir umschießen. Ja, erstmal schön freundlich tun und dann erschießen, ne? Ja. Hm. So machen wir das. Das ist immer freundlich. Ihr könnt natürlich jetzt auch das Ganze mit seinen Urz-Hit klauen. Der ist, der ist besser gerüstet als unsere. Dann schießt der uns aber ab, wenn wir los. Äh, da muss er uns aber erstmal treffen. Wollen wir sie geben? Nein, ich will die selber haben, wenn ich, also ich hab ja, ich glaub, ich hab die komplette Standard SD, oder? Weil ich wollt ja auch ne Dings suchen. Ach, macht doch was ihr wollt. Doch, wir tauschen nur gegen dein Leben. Ja, sag ihm, er kann, er kann die Magazine haben, aber dann will ich die Waffe haben. Schreib du mal, schreib du mal, ich muss nicht alles schreiben. Geiler Tausch. Könnt natürlich auch einfach mal, ähm... Braucht ihr für die Pistole ein Magazin oder was, oder für die M4? Weil der hat nämlich, der schießt mich mit einem, mit einem neuen rum, mit einem neuen SD schießt der. Den hab ich auch. Ja. Na, für die erste, für die Pistole kann er sehr ruhig nehmen. Die Pistole sowieso erst mal neben sich liegen, weil er jetzt Hauptwaffen. So seh ich das. Der hier? Der hier. Der hier. Wo ich bin. Ja, ich seh's grade schon drinnen. Immer der mit dem Waffen drauf. Also irgendwie, äh, schreib doch nicht zurück, glaubt. Komm, Ambo, schießen. Nein, mach's nicht. Nein, 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 lass es sein, lass es sein. Pass auf, Ambro, wir machen so. Ich steig jetzt in den Jeep ein, bei BAF Freak, und du steigst einfach in den, äh, in den Jeep von ihm ein hier, und dann klauen wir die beide. Ja, alles klar, da bin ich der Asi, ne? Äh, ja. Irgendeiner muss, jetzt fällt er wieder, ah, er sitzt zu spielen. Der Driver ist schon eingestiegen. So, ich bin eingestiegen. Ambro, warte, Ambro, Ambro, warte mal. Ja. Er schießt auf dich, Ambro, fahr, fahr! Ich bin ausgestiegen, ne, nur so zur Info. Achso. Jetzt kommen die ganzen Zombies angerannt. Los, einmal gehen wir wieder zurück, das ist doof. Warte, ich schreibe hin, dass wir zurückgehen. Warte mal ganz kurz. Vorsichtig, ich will nicht umgefahren werden. So, bin wir da. Ich hatte gerade besucht.